Ich gebe keine Wahlschläge. Und wo brauchen Sie einen Therapeuten? Ich habe ein riesiges Problem und Sie haben vielleicht die Lösung dafür. Ich habe mich gar nicht angegriffen gefühlt. Ich weiß einfach nur nicht, wie jedes Problem hat. Sagen Sie mal, auf die Frage, die man in unserer Antwort hat, habe ich eine Antwort. Sie fragen danach, wie die Liebe funktioniert. Davon habe ich keine Ahnung. Der Kaffee ist frisch und frisch als der Tafel ist. Amen.